Wir sind Jasmin Gerhardt und Benjamin Sadler und morgen Abend sind wir mit spannender Krimi-Unterhalter. Dadurch, dass die Figur des Gutachters ja eben Psychiater ist und Neurologe, ist der Ansatz halt einfach von Haus aus etwas psychologischer, als das vielleicht in einem klassischen Krimi-Drama Whodunit so wäre. Und ich glaube, das war für uns auch reizvoller, dass man da ein bisschen anders in die Figuren einsteigen kann. Eigentlich ist es heute die schlechteste Szene, die wir beschreiben sollten. Das ist die Szene, die wir auf keinen Fall verraten sollten. Also die nicht? Nein, die nicht. Wir verraten nicht, was wir heute drehen. Also ich kann nur sagen, wir haben bis gerade eben noch nett zusammengesessen. Du hast die Hausaufgaben korrigiert von deinen Schülern. Richtig, ich habe Aussätze korrigiert. Ich habe Rotwein getrunken. Du hast Rotwein getrunken und warst ein bisschen bedröppelt. Bisschen schlechte Laune. Ja, und wir hatten ein Gespräch und plötzlich hat es geklingelt. Und wer da dann vor der Tür steht, das müssen Sie dann sich selber anschauen. Genau. Um 20.15 Uhr im ZDF. Nur im ZDF. Ich bin immerer. Untertitelung des ZDF, 2020